Hierauf traten einige Sadduzeer zu ihm, die da behaupteten, es gebe keine Auferstehung, und legten ihm eine Frage vor mit den Worten. Meister, Moser hat uns vorgeschrieben, wenn jemandem ein Bruder stirbt, der eine Frau hat, jedoch kinderlos geblieben ist, so soll sein Bruder die Frau heiraten und für seinen Bruder das Geschlecht fortpflanzen. Nun waren da sieben Brüder. Der Erste nahm eine Frau und starb kinderlos. Der Zweite heiratete sie darauf, dann der Dritte und in derselben Weise alle sieben, hinterließen aber keine Kinder und starben. Zuletzt starb auch die Frau. Wem von ihnen gehört diese nun in der Auferstehung als Frau an? Alle sieben haben sie ja zur Frau gehabt. Da sagte Jesus zu ihnen, Die Kinder dieser Weltzeit freien und lassen sich freien. Diejenigen aber, welche würdig befunden sind, an jener Weltzeit und an der Auferstehung von den Toten teilzunehmen, freien dann nicht und lassen sich nicht freien. Sie können dann ja auch nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und sind Kinder Gottes, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferweckt werden, hat auch Mose bei der Erzählung von dem Dornbusch erkennen lassen, indem er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Gott ist doch kein Gott von Toten, sondern von Lebenden, denn alle leben ihm. Da antworteten mehrere Schriftgelehrte, Meister, du hast trefflich gesprochen. Sie wagten aber nicht mehr, ihm eine Frage vorzulegen. Er aber sagte dann zu ihnen, Wie kann man behaupten, der Messias sei Davids Sohn? David selbst sagt doch im Psalmbuch, Der Herr hat zu meinem Herrn gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege zum Schemel deiner Füße. David nennt ihn also Herr, wie kann er da sein Sohn sein? Hierauf sagte er zu seinen Jüngern, so dass das ganze Volk es hörte. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die es lieben, in Langgewändern einherzugehen und sich auf den Märkten gern begrüßen lassen und die ersten Sitze in den Synagogen und die Ehrenplätze bei den Gastmählern einnehmen wollen, die die Häuser der Witwen gierig an sich bringen und zum Schein lange Gebete sprechen. Sie werden ein umso strengeres Gericht erleiden. Als er dann aufblickte, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten einlegten. Da sah er auch eine dürftige Witwe dort zwei Schärflein hineintun und sagte, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als alle anderen eingelegt, denn jene haben alle von ihrem Überfluss eine Gabe in den Gotteskasten getan, sie aber hat von ihrer Dürftigkeit den ganzen Lebensunterhalt, den sie besaß, eingelegt. Als einige dann vom Tempel sagten, er sei mit herrlichen Steinen und mit Weihegeschenken geschmückt, antwortete er, Was ihr da seht, es werden Tage kommen, an denen kein Stein auf dem anderen bleibt, der nicht niedergerissen wird. Da richteten sie die Frage an ihn, Meister, wann wird denn das geschehen, und welches ist das Zeichen, wann dies eintreten soll? Da antwortete er, Seht zu, dass ihr nicht irregeführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, Ich bin es, und die Zeit ist nah. Lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr ferner von Kriegen und Aufständen hört, so lasst euch dadurch nicht erschrecken, denn das muss zuerst kommen, aber das Ende ist dann noch nicht so gleich da. Hierauf fuhr er fort. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben, und ein Reich gegen das andere. Auch gewaltige Erdbeben werden stattfinden, und hier und da Hungersnöte und Seuchen. Auch schreckliche Erscheinungen und große Wunderzeichen vom Himmel her werden kommen. Aber eh das alles geschieht, wird man Hand an euch legen und euch verfolgen, indem man euch an die Synagogen und Gefängnisse überantwortet und euch vor Könige und Stadthalter führt, um meines Namens willen. Da wird euch dann Gelegenheit gegeben werden, Zeugnis für mich abzulegen. So beherzigt denn, dass ihr nicht im Voraus über die Art eurer Verteidigung nachdenken sollt, denn ich werde euch Beretsamkeit und Weisheit verleihen, der alle eure Widersacher nicht zu widerstehen noch zu widersprechen imstande sein sollen. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern, Verwandten und Freunden überantwortet werden. Ja, man wird manche von euch töten, und ihr werdet allen um meines Namens willen verhasst sein. Doch es soll kein Haar von eurem Haupt verloren gehen. Durch standhaftes Ausharren sollt ihr euch das Leben gewinnen. Wenn ihr aber Jerusalem von Heeren umlagert seht, dann erkennet, dass die Zerstörung der Stadt nahe bevorsteht. Dann sollen die Leute in Judäa ins Gebirge fliehen und die Bewohner der Hauptstadt auswandern und, wer auf dem Lande wohnt, nicht in die Stadt hineingehen. Denn dies sind die Tage der Vergeltung, damit alles in Erfüllung gehe, was in der Schrift steht. Wehe den Frauen, die in jenen Tagen guter Hoffnung sind, und denen, die ein Kind zu nähren haben. Denn große Not wird im Lande herrschen und ein Zorngericht über dieses Volk ergehen. Und sie werden durch die Schärfe des Schwertes fallen und in die Gefangenschaft unter alle Völker geschleppt werden. Und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden abgelaufen sind. Dann werden Zeichen an Sonne, Mond und Stern zu sehen sein. Und auf der Erde wird ratlose Angst der Völker beim Brausen des Meeres und seines Wogenschwalz herrschen, da die Menschen den Geist aufgeben vor Furcht und in banger Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen sollen. Denn die Kräfte des Himmels werden in Erschütterung geraten. Und dann wird man den Menschensohn auf einer Wolke kommen sehen mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn nun dies alles zu geschehen beginnt, so richtet euch auf und hebt eure Häupter empor, denn eure Erlösung naht. Er sagte ihnen dann noch ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle anderen Bäume an. Sobald sie ausschlagen, erkennt ihr, die ihr es seht von selbst, dass nunmehr der Sommer nahe ist. So sollt auch ihr, wenn ihr diese Dinge eintreten seht, erkennen, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird sicherlich nicht vergehen, bis dies alles eintritt. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nimmermehr vergehen. Habt aber auf euch selbst acht, dass eure Herzen nicht etwa durch Schlemmerei und Trunkenheit und weltliche Sorgen beschwert werden und jener Tag euch unvermutet überfalle wie eine Schlinge. Denn hereinbrechen wird er über alle, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Tagsüber war Jesus im Tempel, wo er lehrte. An jedem Abend aber ging er aus der Stadt hinaus und übernachtete an dem Berge, den man den Ölberg nennt. Und das ganze Volk kam schon frühmorgens zu ihm, um ihn im Tempel zu hören. Wenn du den Weg gehen möchtest, der für dich gemacht ist, dann lauf los. Wenn du laufen kannst, dann würde ich die Wahrheit von der Lüge freimachen. Nur so erhältst du ein Leben mit Sinn. Doch bitte beachte, vor dir liegt ein Labyrinth für deinen Geist. Bleibe auf dem geraden Weg, dann kannst du dich nicht verlaufen. Nur der gerade Weg führt dich zur Wahrheit und zum Leben. Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de Ich schätze mir das Herz auf岸 ten weg. Ich schätze mir das Herz auf.